Räumereien sind das. Von Tintenkleckser für Kinder, die noch am Tisch der Eltern sitzen. Später sieht das anders aus. Du wirst schon noch merken, dass die Welt nicht auf dich gewartet hat. Und dann? Dann mach ich es so wie du? Am Ufer sitzen und dabei zusehen, wie der Fluss weiter fließt? Sag mal, lebst du hinter Mond? Kakao gibt es nicht mehr. Kein Kaiser, kein Kakao. Kein Kaiser, kein Koriander, kein Kümmel, kein Kauterback. Keine Kolonien, kein Kaiserwetter, kein Kaiser, keine Kohlen. Kapiert? Ein Unfall, wie er sich immer wieder ereignen kann. Dem Renommee der MAN hat er nicht geschadet. Schicksal! Irgendetwas schiebt und treibt, wie es beliebt. Schicksal? Zehn Tote, Verbrannte, Verstümmelte, die Familien zerrissen. Die armen Schweine wie vom Schnitter geerntet. Du bist aber nicht gerade die Frau mit dem Schwanenhals. Sei nicht so gehässig! Na das stimmt doch, die nehmen dich sicher nicht mit, wenn du nichts zu bieten hast. Anna, ich hab einiges zu bieten. Töchter, hör die Signale an euer Geschlecht. Das feministische Finale gebührt das Menschenrecht. Beginnt der Anfang, steh ich am Ende. Ich lache hunderttausend Rätsel ins Gesicht. Und ich spucke. Hui, Herr Kästner. In die Hände. Und gehe an meine Pflicht. Immer dran denken, schön kühlen und kühl bleiben. Wir sind Deutscher Meister. Der Club ist Deutscher Meister. Fürth ist geschlagen. 2 zu 0 auf dem Germaniaplatz in Frankfurt. Achtung, Exponate. In wenigen Sekunden wird uns eine Besuchergruppe zugeschaltet. Bereiten Sie sich darauf vor, abgetastet zu werden. Zehn Sekunden. Neun. Acht. 2001. Nur da hat sich der Verein ja noch ganz schön was vorgenommen. Und überall diese leuchtende Göttin von der AEG. Die Welt wird elektrisch. Ach, und wird sie dadurch auch heller? Ach, eine helle Birne hat noch keinem geschadet. Zwar man könnte eine neue Katze kaufen, aber das, das wär's doch nicht du. Zwar man könnte eine neue Katze kaufen, aber das, das wär's doch nicht du. Achtung. 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 Achtung.